Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück in der Zero-Chill-Reihe. Dripping with Enthusiasm. Drei steine Herausforderungen. Wir sollen in der Halbzeit, die jetzt vor uns liegt, zwei Passing-Touchdowns erzielen. Wir dürfen maximal drei Incompletions haben und natürlich keine Interception. So, es geht gegen das Zero-Chill-Team. Wir haben den Ball an der 45-Jahr-Linie des Zero-Chill-Teams. Wir sind im ersten Quarter, 1,25 zu spielen. Das Zero-Chill-Team führt mit 7-0, aber der Score, der Score ist hier wirklich irrelevant. Wir müssen also sichere Pässe an den Mann bringen. Starten mit der Drive-Thru-Corner. Owens geht von rechts kommend gleich in Motion. Wir achten auch mal ein bisschen auf unsere beiden Tide-Ans. Da kommt Terrell Owens und der hat den Ball und das ist ein First-Down und viel mehr. Der Ball ist an der 27-Jahr-Linie. Neuer erster Versuch und 10 für Dallas. An der 27. Versuchen wir mal noch die Play-Action-Misdirection-Shot. Wir achten links auf Michael Irwin. Ich hoffe nur, ich bin nicht zu nah an der Endzone heran, aber... Nein, das sind wir nicht. Michael Irwin tankt sich in die Endzone. Wir haben den ersten Touchdown erzielt. Keine Incompletion uns erlaubt. Also da sind wir doch gut reingekommen. Auch hier, auch wenn es unwichtig ist, wir probieren die Two-Point-Conversion. Da möchte ich halt noch sicherer werden. Und das war eine ganz sichere Terrell Owens. Zwei Punkte. Wir gehen jetzt sogar in Führung. 8 zu 7. Auch wenn es irrelevant ist. Man freut sich halt trotzdem darüber. So, wir sehen den Kick-Off meiner Cowboys. Im Schnee geht der Ball an die Einjagdlinie. Jetzt der Return of the Zero-Chill-Teams. Der ist gestoppt an der 25-Jagd-Linie. Erster Versuch von 10. Für die Offense ist das Matt Ryan. Ja, der Quarterback der Atlanta Falcons begegnet uns hier. An der 25-Jagd. Im Idealfall jetzt natürlich ein ganz schneller Stopp der Offense des Zero-Chill-Teams. Dann der zweite Passing-TD und der Drops ist gelutscht. Matt Ryan beginnt mit einer Incompletion. Zweiter Versuch von 10. Wir bleiben in der Cover 2 in einer Man-to-Man-Coverage. Ball ist an der 25-Jagd-Linie. Und das ist ein Pick. Das ist mal Renfro mit der Interception. Ein Turnover und wir haben den Ball an der 40-Jagd-Linie des Zero-Chill-Teams. Und jetzt könnte die Sache hier sehr schnell beendet sein. Irwin und Ounce von links auf einer Slant. Cooper ebenfalls kommt, aber von der rechten Seite. Die Linebacker entblößen die rechte Seite. Michael Irwin sagt Dankeschön. Und da ist unser zweiter Passing-TD. Nicht eine Incompletion, keine Interception. Heißt, 5 Sterne geholt, Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.